Hallo meine Lieben, großes Thema Zahnzwischenraumpflege und das erklärt von einer Zahnärztin. Ich bin die Frau Dr. Minchewa und ich freue mich für euch viele Fragen zu beantworten zum Thema Zähne, Zähneputzen, Zahnschönheit und wie können wir das Beste aus unserer Mundhülle herausholen. Und Thema Zahnzwischenraumpflege ist besonders wichtig und ihr seht hier ein buntes Etwas und das sind Zwischenraumbürstchen, denn die Zahnzwischenraumpflege ist besonders wichtig, denn dort kommt die normale Zahnbürste nicht hin. Das heißt, da müsste ich Zahnseite verwenden oder das richtige Zahnzwischenraumbürstchen und auch ein Mundwasser, damit die Zahnzwischenräume richtig erreicht werden. Ein anderer Tipp, wenn ihr Probleme habt mit Zahnfleischbluten, dann könnt ihr auf das Zwischenraumbürstchen auch ein Zahnfleischgel da drauf geben und dann in die Zahnzwischenräume dieses Gel einarbeiten. Das hilft besonders gut, um eben auch gegen Zahnfleischbluten anzukommen. Also viel Spaß und denkt daran, immer eure Zahnzwischenräume zu pflegen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!